Das Wetter richtig vorhersagen und nicht mehr unnütz aufstehen, nicht mehr umsonst zu einer Location fahren, um dann festzustellen, dass das Wetter, die Wolken oder die Sonne nicht richtig steht und man deswegen nicht das richtige Foto machen kann. All das ist jetzt Geschichte, denn es gibt eine App, die das für dich löst und das ist Viewfinder. Und diese App möchte ich dir heute mal genauer vorstellen. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und heute bin ich im Fanalwald auf Madeira unterwegs und ich möchte die Gelegenheit nutzen, dir mal eine App vorzustellen, die ich jetzt schon seit geraumer Zeit nutze. Ich glaube, inzwischen sind das jetzt anderthalb Jahre oder so. Müsste ich selber nochmal nachgucken, aber es ist schon eine ganze Zeit. Und diese App heißt Viewfinder. Diese App ist für Fotografen entwickelt worden, von Fotografen für Fotografen. Und zwar dient sie dem Wetter bzw. der Wettervorhersage. Wann gibt es eine Himmelsröte? Wann gibt es Nebel? Und auf welcher Höhe findet dieser Nebel statt? All das kann man sich in dieser App sehr schön vorhersagen lassen. Man kann zusätzlich genau seine eigenen Fotospots auch eintragen und sich entsprechende Push-Benachrichtigungen geben lassen, seit kurzem auch, wenn ein bestimmtes Wetterereignis an einer bestimmten Location vorhanden ist. Und das möchte ich dir jetzt mal ein bisschen genauer zeigen. Du siehst jetzt hier den Fanalwald richtig schön im Nebel, genauso wie ich es haben wollte, genauso wie man den Fanalwald eigentlich auch kennt. Also schön mystische Stimmung. Wir probieren durch den Nebel einzelne Bäume zu isolieren und damit dann für uns perfekt zum Fotografieren. Und ich habe mit Viewfinder tatsächlich jetzt die letzten Tage immer mal wieder so geguckt, wann sieht es gut aus. Ich muss auch gleich mal dazu sagen, es hat nicht immer funktioniert. Das steht auch bei Viewfinder drin in der Beschreibung, dass das immer noch eine Wetterprognose ist, eine Vorhersage. Eine Vorhersage muss nicht immer zu 100 Prozent stimmen. Das kennt ihr aus dem normalen Wetterbericht. Aber Viewfinder zieht sich halt genau diese Wetterdaten, analysiert diese ganzen Sachen und macht daraus dann eine verständliche Vorhersage für Fotografen. Ich werde jetzt hier einfach Viewfinder mal aufmachen. Und jetzt siehst du hier zum Beispiel mal direkt, dass ich sechs Wetteralarme habe. Ich habe mir hier verschiedene Regionen festgelegt, für die ich Wetteralarme haben möchte. Zum Beispiel, weil ich jetzt gerade auf Madeira bin, habe ich mir einmal für den östlichen Teil einen Wetteralarm eingestellt. Und einmal für Madeira West, also für den westlichen Teil, wo ich jetzt aktuell auch gerade bin. Das sieht man jetzt hier auch sehr schön an meinen GPS-Daten. Da ist es genauso drin. Das heißt, hier bei Madeira West, da wird zum Beispiel gesagt, heute am 23.11. zum Sonnenuntergang gibt es Nebel bzw. auch dichten Nebel. Jetzt gerade ist es 13.21 Uhr. Und wir können ja auch mal reinschauen. Wenn ich jetzt hier mal reinzoome auf Madeira, auf die wunderschöne Insel Madeira. Ich bin gerade hier im Vandalwald. Und wenn ich mir jetzt mal hier oben Wetterparameter anklicke, dann kann ich jetzt zum Beispiel Himmelsröter, die Sichtbarkeit der Himmelsröter auswählen. Ich könnte aber auch Nebel bzw. auch niedrige, mittelhohe Wolken anzeigen. Weil hier ist es immer so ein Ding. Das ist nicht unbedingt immer Nebel, es sind manchmal auch einfach Wolken. Und die werde ich mir jetzt hier einfach mal anzeigen lassen. Also mittelhohe Wolken haben wir zum Beispiel gerade nicht. Niedrige Wolken haben wir im Moment sehr, sehr stark. Wir sind jetzt hier ungefähr so auf 1200 Meter Höhe, glaube ich. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber ich glaube so 1200 Meter über dem Meeresspiegel sind es. Und da sind die niedrigen Wolken jetzt hier gerade voll drin. Ich kann auch mal auf Nebel gehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch Nebel gerade gibt. Nee, Nebel ist es jetzt eher nicht. Laut Viewfinder sind schon eher die Wolken, die jetzt hier gerade reinziehen, in denen wir uns jetzt hier gerade tatsächlich befinden und quasi diesen Nebel erzeugen für uns. Und das kann ich hier unten in der Vorhersagezeit natürlich auch weiter bestimmen. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel mal sagen, ich möchte für den 23., also für heute, für 18 Uhr eine Vorhersage haben von dem Nebel. Und jetzt sieht man hier, hier oben hat man eine Skala. Da sieht man, wenn es sehr ausgegraut ist, dann ist da so gut wie kein Nebel. Aber hier in der Mitte, da wo wir jetzt auch drin sind in dem Pfanneiwald, da ist es grün und grün bedeutet hier in der Skala sieht man das Fock. Das bedeutet, heute Abend wird es hier drin auch auf jeden Fall neblig sein. Man sieht dann hier oben drüber auch noch, wann ist der Sonnenuntergang, wann ist der Sonnenaufgang, wann ist jeweils die blaue Stunde morgens und abends. Und ich kann mir hier bis zu drei Tage im Vorfeld auch wirklich das Wetter vorhersagen lassen. Das ändert sich natürlich auch immer mal wieder. Also ich kann jetzt nicht für in drei Tagen schon genauestens vorhersagen, wie das Wetter da wird. Also manchmal ändert sich das halt auch noch ein paar Stunden vorher, gerade hier auf so einer Insel wie Madeira, wo halt sehr viel Wind auch herrscht, wo das Wetter einfach sehr wechselhaft ist. Da ist es umso schwerer, das Wetter vorherzusagen. Wenn wir jetzt so in Mitteleuropa sind, weiß ich nicht, in Deutschland zum Beispiel und da vielleicht auch im Flachland, da ist es besonders einfach das Wetter vorherzusagen. Hier in den Bergen und an der Küste ist es natürlich umso schwieriger. Aber trotzdem hilft mir diese App halt wirklich sehr, seit, ja jetzt, ich würde sagen, seit ungefähr anderthalb Jahren, das Wetter vorherzusagen. Und sie hatten eine relativ hohe Trefferquote. Also wie gesagt, nicht 100 Prozent, definitiv nicht. Heute Morgen waren wir auch schon hier, weil für heute Morgen, gestern Abend zumindest, stand noch bei Viewfinder drin, dass es für heute Morgen auch eine relativ hohe Chance für Nebel gibt. Wir hatten gar keinen Nebel. Und auch das kann passieren. Das ist, wie gesagt, das steht auch hier in den Tutorials drin, die man sich dazu anschauen kann, dass das halt wie gesagt keine hundertprozentige Sache ist, sondern dass das immer noch eine Prognose ist. Das muss man an dieser Stelle immer wieder sagen. Nicht, dass man am Ende dann enttäuscht ist. Aber die Trefferquote wird halt einfach dadurch extrem erhöht. Und das ist für mich auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, diese App ist richtig, richtig cool. Ja, das erst mal so viel dazu. Ich kann sie euch nur empfehlen. Den Link zu dieser App findet ihr unten auch nochmal in der Videobeschreibung. Ladet sie euch einfach mal runter. Sie kostet, wenn man sie dann vollends nutzen möchte, 2,99 Euro im Monat. Ich sage mal, das ist nicht mal ein Kaffee bei Starbucks. Aber dafür hat man dann halt vielleicht das ein oder andere Mal morgens mehr ausgeschlafen, weil es sich nicht gelohnt hat, sich auf die Beine zu machen. Oder andersherum hat man vielleicht auch keinen geilen Sonnenuntergang verpasst. Wer weiß. Also, schauen Sie die App mal genauer an. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall mal noch ein bisschen fotografieren im Vandalwald und euch auch noch ein paar Bilder einblenden. Denn im Moment ist hier richtig geile Stimmung. Ich bin jetzt, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon hier war, bin jetzt gerade hier in meiner zweiten Woche mit meiner zweiten Workshop-Gruppe. Und die sind auch ganz glücklich, dass sie jetzt genau dieses Wetter hier noch vorgefunden haben. Weil übermorgen geht es schon nach Hause. Dann habe ich zwei Workshop-Gruppen hinter mir, zwei Wochen Madeira hinter mir. Und so langsam bin ich auch etwas geschafft, weil jeden Morgen aufstehen, jeden Abend spät ins Bett gehen. Aber es ist wunderschön. Und ich kann es nur empfehlen, falls ihr mal Bock habt auf eine Fotoreise, dann schaut auf jeden Fall auch dort rein. Die Fotoreisen für nächstes Jahr gehen jetzt auch die Tage online. Und dann werden auch wesentlich mehr Reiseziele noch online sein. Also, würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch auch dort mal dann live kennenlerne. Bis zum nächsten Mal.